Was soll ich denn da mit Panavetaminen, das ist Hilfe für den Körper, ob du? Nee, du darfst, nee, du darfst Gemüse-Schmelzkäse zubereiten. Fettreduzierter Käse, das ist doch verkehrte Welt. Rieset, läuft die Kamera schon. Der Grund für das Video ist ja nicht so schön. Ihr habt die Bercht die Furze entführt und wollt lösen jetzt. Mit insgesamt 899 Euro zuzüglich Fahrtkosten. Ja, das war heute in meinem Briefkasten. Also wirklich, dass ihr euch nicht schämt. Ehrlich. Ich, Reinhard Kallmund, im folgenden Kalli genannt, bin vom DFB und der MV zum Vermittler ernannt worden. Und deswegen richte ich mich in diesem Video genau an euch. Also, liebe Entführer, liebe Entführerinnen, liebe Sportkameraden. Es hat mich aus den Socken gehauen, als ich hörte, dass der Berti Vogt entführt worden ist. Ein Mann, der so viel für Deutschland getan hat und der noch so klein ist. Also, ehrlich. Ich appelliere an euch, den Berti, der sich noch im Wachstum befindet, genügend zu essen zu geben. Der Mann, der braucht erstens Fett, zweitens Fett und drittens Fett. So. Die Fahrtkosten könnt ihr vergessen. Kriegt ihr nicht. Könnt ihr euch auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Ist wie ja. Also, sowas habe ich bei der Entführung auch noch nie erlebt. Ehrlich. Entführung, gut und schön. Da habe ich ja noch Verständnis für. Aber die Fahrtkosten habt ihr doch nicht mehr alle. Also, ehrlich. Meine ehrenwerten Herren. Tickt ihr eigentlich noch ganz sauber? Percht ihr also durch. Wir packen dann. Die Fahrtkosten. 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 Vielen Dank.